Gleich ist Anni bei der Blumenwiese. Jeden Augenblick wird sie Ponyherz wiedersehen. Suchend wandert ihr Blick durch das Unterholz. Vielleicht ist er ja schon da. Obwohl sie erst am Morgen mit ihm ausgeritten ist, kommt es ihr wie eine halbe Ewigkeit vor, dass sie ihr Pony umarmt hat. Ponyherz, ruft sie mit lockender Stimme. Wo bist du? Anni lauscht, aber im Wald bleibt es still. Nur ein Specht macht fleißig seine Arbeit. Ponyherz? Und auf einmal geht alles ganz schnell. Plötzlich knacken Zweige und Äste und die Wildpferdherde schießt vor ihr durch den Wald. Anni bleibt wie erstarrt stehen. Fieberhaft versucht sie, die einzelnen Tiere zu erkennen. Ist Ponyherz unter ihnen? Fast im selben Augenblick hört Anni die Schüsse. Und der Himmel wird für Sekunden blutrot. Ponyherz, schreit Anni panisch auf. Sie will losrennen, aber da sieht sie die fremden Männer. Sie haben Anni nicht gesehen, die sich jetzt schnell hinter eine Hecke duckt. Die Männer sind bewaffnet. Sie tragen schwarze Lederjacken und hohe Stiefel. Zwei von ihnen halten Seile in der Hand. Mit bellenden Rufen treiben sie die verstörten Pferde vor sich her. Das Jungpferd! Schnapp dir das Jungpferd, ruft einer und rennt weiter voran. Anni kauert sich hinter die Hecke. Heiße Sturzbäche laufen ihr über die Wangen. Sie sieht die Jäger nur noch durch einen dichten Tränenschleier. Allmählich werden die Rufe leiser und schließlich sind die Pferde und die Männer im Unterholz verschwunden. Ponyherz, stöhnt Anni auf. Plötzlich wird sie fuchsteufelswild. Die sollen die Finger von Ponyherz lassen. Anni beißt die Zähne zusammen. Ich rette dich, mein Süßer, knurrt sie entschlossen. Sie springt hoch und will losrennen, als ein weiterer Schuss durch den Wald knallt. Anni zuckt zusammen. Ihre Turnschuhe verfangen sich in einer Wurzel und sie fällt vornüber auf das weiche Moos. Ich schaffe es nicht, wimmert sie und weint voller Schmerz. Ich schaffe es einfach nicht.